Oh, sorry Brudy, weil ich mir so dachte, dann wird eure Spinne in einen Arsch krabbeln, weißt ihr? Wenn ihr in den letzten fünf, warte, Christo, Hora dabei, heute ist ihr dabei, schreibt 1-6-0-2-0-9, Ja, natürlich auch, der Besitzer des Teams, ich und natürlich noch dieses kleine Stück direkt, der Kurve, RdG-Prinz, Ruhm. Ihr scheiß aus Lernten. Ruhm, hast du nicht gesagt, wenn der Kanal nicht abonniert, kommt der Kurkmann. Ah, nee, 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 wenn ihr nicht den Kanal abonniert, dann kommt der Kurkmann zu euch und macht schmutzige Dinge mit euch. Ah, und wenn ihr jetzt nicht den letzten fünf Sekunden fragt, oh Gott, wenn ihr jetzt nicht den, nächsten fünf Sekunden liked, dann habt ihr für immer, dann habt ihr für immer, ja, ich hab keine Dings, dann habt ihr für immer Pechen vornart. Aber wo ich nehmt mit. Komm, ich, Bruder! Hat jemand eine Waffe oder sowas? Leute, wenn ihr jetzt nicht liked, dann können wir, äh, Fall nicht hochholen, wisst ihr? Herr Fall ist in der Wand. Ich bin's, der Wand. Herr, das ist ein bisschen der Begründerung. Na, mein, so leicht geht's. Ich hab keine Waffen, Leute. Ach, Lernten! 10 HP, 10 HP, 10 HP, Ronu! Jihihihihihi. Pustereist. Drück doch eins. Oh, Mann, Digga. Ach, scheiß. Ich will so'n Linschen schicken, weil ich würde ihn dann schon so angucken. Ihr schweiß auf die anderen. Ah, scheiße, mein Arme an Arme. Christo, hast du dich auch abgebrochen? Nein. Nein, ich hab den Arm nicht gebrochen. Christo, ich hab dir eh nicht was gebrochen mit. Christo, ich hab dir eh nicht was gebrochen mit. Warte, dein Arm ist nicht los. Aber ich find's auch irgendwie, du bist dann nicht so, dass du immer so dein Vater bist, ne? Christo. Yo, ich bin's, der ADHS-Junge. Christo. Christo hat, ähm, seine System-Update-Server ausgeschaltet. Christo, hast du mich? Nein. Mimimil. Why are you laughing? Vielen Deutschen? Are you from Germany? So, derlusive, sprich so gehört. Oder wo auch immer das heißt? ja sein Vater kommt zu ihm weil er das liest ja dachte wirklich aber es geht ab lang das ist aber auch nicht schlimm wenn sein Sohn ja gutes Süßmach und hochwertige Qualität hat wir machen nur Spaß du weißt Sebastian ich meinte du weißt du weißt Christoph Pover ich bin Hartz IV Beantragter ja da ist so ein Test du hast sie ist sie überhaupt Gegner mit uns gegangen meine Oma aber du meinst wohl er ja noch ein Ritt gegen meine Oma Gitten have a give me heaven du kannst mal ne Frage waren dem 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 ok hier sind doch Gegner enemies wer braucht Sturmgewehr enemy has played bomb enemy spawned willst du kommen zu mir ja hm 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 warum bist du so leise so ne Herrегel ist mein Mikro Name mehr ne erlegel einfach leise wie immer halt wie ihr erfahren ich hab gesehen ach so warum sagst du weg ich hab viel mühle stehen wer wollte er wollte ich aber so ihn zu teilen warum sagt ihr mir nicht so ist aber da ist noch einer kann ich dabei aus deinem haus da ist er ja du hast du keine angst du holen ich also jetzt sind auf einmal die ganzen bobs unterwegs hat abends wer mal ja mal krass und ihm so ist gegner ne warte muss kurz looten es war für gegner junge das sind immer so locken wenn du willst kannst du gerne mit mir spielen dann bekommst du heftige leppen der und der und der und der wann das jetzt alle gegner ja christus der beste spieler der welt nicht zufällig ach ja ich hab dann ist gar ich habe ich habe zwei jungen ich will eine ja ich will ernsthaft einer ich alle gleich was ganz anderes ich angele gleich dich auch nee kann ich ja nicht bisher zu kurz daumen hoch wer es verstanden hat hast du nicht mehr die paar mal einen gibt noch mal einer Warte mal, kannst du noch mal abstellen, wo die Waffe da im Wohnwagen kommt? Affilianten! Fahr los, fahr los! Komm her! Hol mich von Christoph! Schnell! Ich hätte es nie angegeben, ich habe nur die Pfeife für eine Stunde gedacht. Ich hätte es nie angegeben. Nein, 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 es ist nur eine Lüge. Fahr, 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 es ist nur eine Lüge! Ich würde es einfach nicht sagen, ich hätte es nicht gegeben. Ich hätte nur eine Seite ruhig angeln müssen. Ach, schade, nicht, sie kommt. Steig aus! Steig aus! Steig doch aus! Lass uns nur k insistieren. Lass uns nur kündigen. Jungs, die Zone kommt! Schreckt auf! Schreckt auf! Schreckt auf! Schreckt auf! Schreckt auf! Faxe Zone! Obwohl, Nini, Lass mal wirklich looten. Wir können erstmal die Zone gehen und dann looten. Nein! Da ist... Da ist... Da ist der goldene Tech! Sebastian, hast du denn wenigstens schon gewährt? Ja, hab er, ich bleibe. Ich mein ein Normales. Naja, hab ich leider. Hat immer für euch ein Normales gewährt? Ja, aus Leanten. Wie geht ihr das da? Ey Leute, lasst gut spielen, weil ich muss nach der Runde aus. Aua! Warum kommt ihr zurück? Auf Motto, ich kill nicht. Geht! Fahrt weg! Schnell! Jetzt weg! Weg! Steh auf! Steh auf! Steig auf! Steig auf! Wo fahren wir hin? Scheiß an die Handen! Ach so, ihr seid das! Was sindss... Osten! Osten! Aber hier ist... Ach so, hier ist der German. Ich verstehe. Allerdings ist der German. Ach so, hier ist der German. Bei uns ist der German. die sehen mich ja nicht meine auf einmal kommt er so und du sagst ja das ist meine ich kann nur hart ne das ist jetzt meine torne torne spaß ja das ist so ein spaß ich habe keine ich habe keine ich stehe weg ich kann nur in der zeit schon Ach, schade, geht besser. Letztes Mal geklappt. Danke. Ey, die Sounds ist so laut, ey. Äh, Sebastian, in die falsche Richtung. Nein. Ach ja. Rumen ist in die falsche Richtung. Guck mal, da sind wir direkt in der Zone. Rumen, warum kommst du nicht mit? Wo ist Rumen? Loll. Ich dachte, er sei bei uns drauf. Du warst ganz kurz von mir drauf. Scheiße zu tanzen, kriegst du nicht gleich um. Ja, ich bin aber schneller als ihr in der Zone. Äh, ja, ist gut sein, aber... Wir haben mit mehr Skill gemacht. Ich fang kein Fisch. Hallo Lappenlust. Enemies Bonnets. Hab einen. Ja, ja. Mach schon weiter. Ich schiefen. I can't be blue. I can't be yellow. I can't be blue. I can't be purple. I can't be purple. I can't be purple. I can't be... Okay, reicht. Könnt ihr mich abholen? Könnt ihr mich abholen? Ich bin nah an der Strand. Könnt ihr mich bitte abholen? Ey, holt mich ab! Äh, dann... Dann renn, 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 renn. Ich hab einen gesnippt. Aber kommt her! Kommt doch zurück! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Ach, schuue! Lass du anheiß! Yo, danke, dass du mich auch... Junge, ich snipe die! Ey, wer bohrt mich ein? Hab ich! Hab ich gesnipped? Aslianten. Bitte! Jaja! Warum kann ich dich nicht aufheben? ja aber nein hier ist noch einer wir haben nur eingeholt ja ich hab den eigenen zeit mal ruhig ja ich hab den aber trotzdem gesniped jungs das sind aus lernten mit boot wo hast du wieder gesniped hier Ich muss Kills machen! Ich muss Kills machen! Ich muss Kills machen! Ich hab dir Mini gegeben! Sturmgewandeln! Geh mal ein bisschen Metz! Ich brauch Sturmgewandeln! Auf Ehre! Ich hab nicht mehr! Sturmgewandeln! Krieg sie! Krieg sie! Warte, warte, warte! Warte, warte! Warte, warte! Christo, helfst du doch erstmal! Ja, komm! Gib mir mal ein Mini! Gib mir mal ein Mini, Christo! Schatz, hilfst du mir! Mir geht's ganz gechillt! Dank für die Nachfrage! Ich hab keine Metz mehr! Ich hab keine Metz mehr! Ich hab nur 6! Nein, ich hab nur 9! Mach frei, ich stimm ihn! Bitte Metz! Ruhe bitte! Gib mir Metz! Ich hab selber keine! Ja, Kosti, nach der Runde! Gib mir Metz! Gib mir Metz! Ich hab keine! Ich hab keine! Warum fragt ihr mich nach allen? Schieß mal auf und ich snipe! Diese scheiß Aslianten! Der hat mich doch geholt! Da ist die Zone! Ja, ich hab ihn! Ja, ich hab ihn! Jungs, ich muss kurz in die Zone, ist du beleidst! Ja, ich bin so besser alleine! Jo, äh, Fighter! Wir haben keine Waffen, ne? Wir haben keine Waffen, ne? Also kein Leben, meine ich! Ich hab jetzt mal Stamm, ne? Was denn wieder gehen? Tust du, warum musst du wieder auf? Wegen seinen Aslianten, Bruder! Lass mal her! Fein, komm her! Ich hab ein Medikit! Fein, komm her! Fein, komm her! Christo, ich hab auch ein Medikit für dich! Komm her! Christo, komm her! Ja, ich habe! Da sind Gegner! Was? Was? Ich hab keine Medikit! Ich hab keine Medikit! Du siehst du halt das Maul, dann spielst du dich mal mit! Warum? Du, ich ziehst auf, wenn die mit nem RPG aufm schießen! Haha! Gut, dass wir alle aufstehen sind, sogar! Digga, ich hab keine Med! Digga, ich hab keine Med! Okay, seit Bakus ruhig! Wir regeln das! Ja, okay, ich muss auf, ne? Da, ey, das ist die gegnerische Wand! Rube, mach keine Scheiße! Komm rein, komm rein! Indizier doch einfach! Yo, ich hab ein Medikit! Oh Gott, Digga! Oh Gott, Digga! Juman, heißt du, hast du Med? Ja, war 60! Ich hab Med! Da, wo ich gestorben mit nem Med! Ja, warte mal kurz, Medikit! Ja, warte mal kurz, Medikit! Ja, er hat 500! Ups, sorry! Meistra! Also, ich wollte das alles sagen! In die Tone, in die Tone! Nein, mein Gott! Andere Seite! Hier! Gibst du mir ein bisschen Med ab? So, ich will nicht sagen, aber ich hab das Medikit nicht genommen, ne? Ich hab noch eins! Also, ich, ich hab das Medikit immer noch, ne? Aber ich hab's nicht genommen! Geht's in der Schöpfung! Ach, so geht's nicht! Ich kann nicht drin schwimmen, was er verarscht! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Kann nicht schwimmen! Guck mal, geh weg! Mann! Punkt! Gib mir Meds! Hdan dovets! Du kann nicht an den warten, Passen auf Bruder! H directors! HHMAN EX dann DIR! H HMAN EX dann DIR! través zur Planee Arme! SCPGLEون Hej dann doch! Haupt 903 manners! Im Bolet würde sich.» Dann schwimmen wir beide so'n bisschen! hey das sieht so behindert aus ne also ich hab's ganz geschützt ja ok komm wir vergabben uns da in dieser kleinen Hütte da guck mal wie viel AP ich hab wir spielen gegen drei Leute und wenn wir Pech haben ist es ein Sport also ja es ist ein Squad weil ich habe gerade jemanden gekillt der im Team war es ist ein Duo nein die schießen auf uns hast du Metz hast du Metz für mich du hast doch deinen Loot genommen ja dafür richtig hat er hier hat er hier hat er hier hat er hier nein wir müssen nachfauen nein wir müssen nachfauen nein da von uns da sind da geht da ja da ist er noch das ist halt da sind wir gehen jetzt nach oben wimmeln wir gehen nach oben die Sachen lernen die Sachen lernen Digger komm rube zu spät zu spät komm 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 geh doch weg jiiiihihi nur wegen dir haben wir verloren nur wegen dir haben wir verloren nicht nur wegen mir wir haben wir verloren was das ist das für ne scheiße komm zurück zur Lobbung ich komm gleich ach ach der ja ja ich muss auch tschau komm schon geh mal bitte nicht musst du mit deinem Bruder spielen äh musst du mit deinem Bruder spielen Mein Bruder spielt jetzt. Was ist das? Ich. Der will die Gott Karmo. Was willst du? Was willst du? Talk me. Ja. Ja. Was willst du sagen? In der Schule? Was willst du von uns? Hallo. Was ist sie? Ich trau mich aus der Schule. Soll ich jemanden sagen? Und da bist du? Caroline? Und sie? Ach so. Ach so. Na ja. Vielleicht gleich mal nix. Jungs ich komm gleich. Okay? Okay? Ja. Ich muss kurz durch. Ja ich muss kurz durch. Warte mal kurz. Lass mal camera drin. Ja ich komm gleich. I can't be you. I can't be you. Boah der Typ denkt er kommt jetzt wieder rein. Aber ich hab privat. Aha. hee ich guck mich immer an. Warte mal �ibe.: Klapp nochmal alles. Da ist ... voll der Mist. Beide vor 밥. Besonders dann ci curator. まぁ ja auch hier. Na bitte. Aberhin hat etwas drin bei mir. Ham so ned aus. Ja. Da alles oysters гор Crossfit. Und da rein ist vor allemrevist 잠 recordたい". Ja. Ach so. Nein. So was? Nein. Teams. Ja, okay, lass mal Cameron drin. Lass mal Cameron drin. Nein. Doch. Lass mal Cameron drin. Lass Cameron jetzt drin. Halt die Fresse, du Mädchen. Lass jetzt Cameron drin. Halt die Fresse. Du lässt jetzt Cameron drin. Was ist Cameron? Was? Cameron, red doch. Kann ich spielen mit deiner Oma? Sei ruhig, Cameron. Lass Cameron drin. Kann man das jetzt eine Team spielen? Hey Cameron. Ja, was ist? Du? Was für Gruppenteile? Gruppenteile. Wird drin. Was für Gruppenteile? Gruppenteile. Teams. Oooh. Lass mir ja... Einen auf den Kuchen. Das war's für heute. Das war's für heute. Cameron, wie geht es dir, wie war es zwei tage lang auf ein schwarzes Loch zu schauen? Und guck mal, was ein Skill Sebastian hat. Er hat das auch gemacht oder der war das? Ja. Und nur so, du kannst das mal auf meine Rücken gucken, dann siehst du was schönes. Ich will nicht auf deinen Rücken gucken, bitte nicht. Ich will nicht wieder ins Loch gucken, das ist nicht so gut. Meine Augen sind kaputt. Nein. Ja, wenn er also noch ein bisschen mehr von Aids-Kindern nun geben ist, dann... Oh, ich will nicht so laut. Wurde gekickt. men sucker mit aufträ灑, be Under-Kindern. Bei Helstler habe ich gerade so aufgerissen bei meiner Frau und dafür werden andere Gegner nicht erwarten. Ey, ich iPad nicht gesenkt. Watt mir machst du immer gerade sein Praktikum, da? Ich hab jetzt beim Bruder sein Praktikum. Ein Front mit einer. Nein! WTF? Nein! Nein, wir kommen da nicht mehr an Wir kommen da nicht an Wir kommen da nicht an Hast du schon eine Lose gesehen? Nein Ich schon In meiner ersten Runde Ja, das sind doch Bots da gewesen Das sind doch Bots gewesen Ja, jeder hat in seiner ersten Runde Ja, lass ihn pickaxen Ja, lass ihn pickaxen Nein Äh, lau, ich fahre uns weg Ich bin schon extra bei hier gelandet Oh, Leute, das ist doch so Ach, oh, kack, ey Nein, 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 nein Nein, jetzt kommt noch eine royale Bitte, denn wir wollen uns klachten Wir brauchen einen Hallo Digga, Haussache Du hast einen Elita-Geld Und du Und du Wie soll denn das schwarze Cameron, guck mal was ich mache Ich hab Ich hab Keine Angst Ich hab keine Angst Weil bei mir Drei Gegner Die haben alle drei die Waffe Ich kann nur nehmen Also Das ist auch gesagt Ja, ich hab keine Waffe gehabt Wir hatten beide keine Waffe gehabt Und ich hab diesen Typ mitgenommen Cameron, hast du es gesehen? Ja Kann ich die Tag? Ja, verzwungen Hier sind irgendwo ein Asylient Bruder, es geht Ey, die schwörte So welche Asylienten regen mich auf Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Er hatte halt gar kein A-B-Ger Und da kommt so sein Kollege von hinten Nun, die ist schon klar dass du selber ein Asylant was, ne? Und dann Mutter auch Ja, okay, chill Was ist das? Das Scheißrunde Das war echt nur eine dreckige Runde Was ist das? Und Hast du mir die Tektor? Hier liegt die Ich bin die Tektor Hier liegt die Ich bin die Tektor Ich bin die Tektor Ich bin die Tektor Lass uns das nur okay Lass uns das nur okay Excuse me, what the fuck Äh, Gilles, hast du Pappen? Äh, Cameron Hallo Ja Äh, ich würde sagen äh, diese Asylanten Die haben mich geholt Ich geh ihm kurz was essen machen Ich meine, der landet nicht da Aber nein, ihr seid ja wie krass ist ein Überbruch Wie hast du die Tektor Ich bin zu dem Bekaner Ich bin zu dem Bekaner Ich bin zu dem Bekaner Dann bist du doch nicht gut Ich bin zu dem Bekaner Ich war da glaube ich schon Evern? Ja? Zeierst du diese neuen Momentum später? Ja, gut. Ich übersteu. Ja, okay, sehen Sie auch, dass du da mal um die Großen und die Großen und die Großen und die Großen nehmen wir halt mehr. Beide, komm mal her. Die Gang ist mein Team, die Gang ist mein Team, die Gang ist mein Team. Ich hab' ja nicht gelandet. Äh, der denn? Halt raus, du hast eine Nachrichtungskunde? Ja, kannst du mitbringen. Äh, ich will's ruhig. Ja, ich kann noch. Kannst du nichts mitnehmen? Ja, klar. Na, falsch weiter. Ist irgendwie drin. Sebastian, bleib mir stehen. Wir können uns was zeigen. Warte. Warte. Du hast schon einen Knie zum Hund gefahren. Obwohl es keine Boote gibt, aber... Warte, wenn da... Wenn da... Also wenn... Wenn du... Also wenn du ein Deutschturm... Also du das Geräusch machst, dann kommen die Boote. Mal annehmen. Schau dich mal vor. Schau dich mal vor... Schau dich mal vor. Dann legen wir immer so riefige Stiffe an. ja ich mache gerade was auch sowas ja hast du keine müde ich hab jetzt nicht mal aus die kiste kaputt gemacht da kommt aber der loot raus ist so Sebastian, komm mal, komm, guck mal, was hier steht. Er hat das was zu bedeuten. Oder warum sind hier die ganzen Militärkisten? Weil es eine kleine Militärkiste ist. Ja, aber warum? Da kommt ja viele. Ja, keine Ahnung. Vielleicht kommt da bald ein Krieg? Bald ein deutscher Krieg. Bald so ein fortender war so ein riesiger Krieg. Krieg. Was? Ja, komm zu mir. Genau. Wolltest du, dass ich zu dir kommen, ja? Oh, 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 okay, komm. Ich kann euch sagen, warum deine Militärkiste war. Weil, also im Trailer hat man ja gesehen, dass die Karte aus irgendeiner anderen Dimension oder so ein Scheiß kam. Und die wollten natürlich erstmal kunden, was da so ist, was da anders ist, ne? Und dann haben sie ja natürlich auch so, ich sag mal Agenten oder so, oder das Militär dahin was da ist. Was? 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 Das ist einfach normal. Ja, das ist doch auch ne Military Base. Ja, ja, ja. Ist vielleicht auch, soll auch vielleicht noch die Area 51 darstellen? war und das hat nun zu erinnern aber auch die Beobachtung diese Flugzeuge das war keine Münchner da haben wir auch weil wir haben das war ein normaler Hangar aber genau am Tag ist gerade es kann die Bedeutung haben aber es muss es nicht ja ich denke nicht aber wir haben erkennt die blühen erkenne wir erlangen mit die führung der k wegen die europäische die jungen das ist nicht nur und ich kenne es ist passwort die hieber hoher also die 1 2 3 du weißt ja ich hab's in den Account Daten zu der Form Loh Herr woher hast du du ist auch egal nein doch ist egal und äh einfach nur selbst was ich damit mache ich mach damit erst mal nix da ist noch einer solange er mich nicht richtig hart abfuckt mach dann mach ich nix doch wir sind jetzt dein Account und ich weiß es was ich bin ich gebe dir auch die Daten wenn du willst nütze dir aber eh nix also Elio Jojo ist das Passwort äh E-Mail Adresse und Passwort ist Elio 123 ganz originell aber großes E was für ne Augenpapa hat Elio eigentlich schwarz es gibt keine schwarzen Augen schwarz Augen da m eh Jungs was für ich von euch wenn ich wenn ich und E-Mail Adresse dann gebe ich den Blowjob ein aber ein Treschen eh hm ach wird zu Bau mehr Bau mehr baut auch einen Webster Aber wenn er die fährt. Er hat mich nicht mit der Köpfe gekriegt. Ach so, können wir es bereit machen? Ja. Der holt sich einen runter. Suchtmäßes Match. Suchtmäßes Match. Ey, Fight weiß noch, wo Cameron geflogen ist. Es geht so. Ich will mal kurz drüber. Cameron hat mich so geärgert. Was ist denn? Cameron hat mich so geärgert. Er hat so Spass und so. Dann hat er ihn so geschubst. Dann kam er von der Seite so, was ist so Spass. Er fliegt so 2 Meter. Ich will wieder drüben, die sind so drüben, die sind so glücklich. Schubst du falsch? Schubst mich jetzt. Was warst du für den Eich? Ey, schlade Sachen. Ich will wieder blocken. Genau, das hast du gesagt. Das war nicht. Genau. Das war verlassen. I can't be blue. Okay, reicht. I can't be blue, I cannot be alone. Nee, reicht. I can't be Erica! I can't be Erica! I can't be Erica! Wenn du es ein-auslernt, reicht es schon. Extra weil ich so nett bin, ne? Suche ich jetzt extra im TikTok dieses Scheiß-Lead und mach euch das an. Das heißt for you. Das ist auch for you. I can't be blue. Nein, das ist auch for you. Ich bin ein Hartz-IV-Kind. Das wissen wir alle. Guck dir, das ist ja Boxerschlöpfe. Die gehen so wie Schlüpfer. Nein. Nein. Ey Leute, spielt ihr auch in Unterhose? Und mit T-Shirt? Ja. Ich bin mit Pullover und Unterhose. Mit Pullover. Ja. Bruder, da haben wir sie aber ganz halt los. Wenn du Unterhose ist. Wenn du Unterhose ist, nass. Das ist, weil du da die ganze Zeit drauf sitzt. Dann schwitzt das. Ja, jetzt bin ich ein T-Shirt. Hat sich ausgezogen. Oh, sexy. Ne Spaß. I can't be blue. I can't be yellow. Also, wer weißt du was die kürzeste Beziehung der Welt war? Oh Sega, dieses Batman-Scheißes. Oh. Ich die Batman-Scheiß. Oh. Ich die Batman-Scheiß. Nein. Es geht dann auch? Nein, meine Räume. Ja, meine Scheiße. Lass mal Laysing an. Doch, aber meine Mama steht nicht auf Asylei Handen. Oh nein, meine Mama steht nicht auf Asylei Handen. Aber wo sie sei meine ist. Ja, du weißt, ich finde das schon immer was halt. Oh nein. Oh nein. Hehehehe. Aus Asylei Handen. Ne, Klassisch nicht. Aus Asylei Handen. Aus Asylei Handen. Aus Asylei Handen. Das ist nicht nicht Straighten. schwarze Sohn weil sie sich das abkern so Ausländer ich sag mal so ganz schlicht Ausländer ich nehme Blue I can't be blue, I can't be yellow, I can't be green Ok, reicht Darf ich nach oben? Ja, darf ich Hier ist ein Gegner und ich hab nicht mal ne Waffe Oh, hier ist Greta Junge, was sind das denn für Kanacken? Da kommen die ganzen Ausländer Fick dich Fick dich, wenn du mich jetzt wirklich wenn du mich jetzt wirklich tötest dann bist du ein Judensohn Ach, Digger Könnte mir wenigstens meine Karte holen Einer wenigstens meine Karte Ich hab keine Waffen, die gleich war Könnte mich auch please respawn Das wär'n sehr nice Das wär'n sehr nice Ey, hast du, hast du kleine Mund? Gib mal kleine Mund Kleine Mund Hab' ich nicht Er kommt, funktioniert, bleibt ganz kurz stehen Da hast du noch dran, hab' ich nicht Wo hat's schon mal? Süße geschütteln, da kurz Richtiger Esel Richtiger Esel Richtiger Esel Kappa Kannst du mir ne Waffe geben? Also Munition 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 Gib mal Munition Naja, warte mal kurz, wir looten kurz Nisch was Fies'n Gecken Ich geh' sie holen Jungs, ich mach' jetzt aufs Niki Jungs, der Slow, der Swanshot, der Swanshot, der nimmt mich mit Der ist runtergesprungen Der Swanshot, hol'n mich Ja, der ist aber eh One-Shot, ne? Ja, der ist ja eh One-Shot, ne? Ist er ja Ich, äh, den einen hab' ich zwei Headshots gegeben Ey, da komm' nicht ernsthaft Hast du noch ein bisschen für mich? Hast du noch eins für mich? Ich hab' keine Einzige mehr So, hier oben liegt was Oben Ja, ich hab' auch noch mal hier auf dem Modellenten Inseln Rauschen Ja, was denn? Komm her Ja, was ist, ich komm' Ach so ne Stumme, wenn ne Stumme wär Das kann man gest... G-Stams Hier liegt Liegt da Amir Gegner Amir Gegner Amir Gegner Amir Gegner Mach' hier mal wo? Oh da Hast du kleine Mund? Kleine Mund Kleine Mund Kleine Mund, Digga Paulin, wie ist noch Der hol'n das Ja, Junge Ich hab' kein... ich hab' kein Leben I can be everything in you like hey jungs schau ich gehe nein warum willst du ja die wir spielen nein ich gehe aber jetzt rdw ne ich schenke dir sogar waffen komm her mein kindchen in mein auto mit waffen ja ok reicht also ich verlasse eh nicht ich gehe eh nicht rdw ich habe heute das gemacht was ich machen wollte in rdw mehr bräunen nicht es gibt heute einfach noch was gibt es ich war fortnighters out eigentlich rdw ist fortnighter nicht bett royal für mich zu messen nur aber mehr leute ja weil es auslärmten geben oder kostenlos ist es ja auch kostenlos ja eben rdw kostet Geld kein Wunder dass es keiner mag nicht dass es keiner mag dass es sich fast keiner kauft wenn sie ein free-to-play-game haben dann kommen sie sich doch nicht ein spiel muss den lieben den sie viel den sie vielleicht möglicherweise nicht mögen das macht keinen sinn so was macht man nicht und das war jetzt vor allem wenn wir sind gegner schon wieder keine waffen das die 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 Verlass' euch und verlass' uns. Hey, helf's mir, helf's mir. Ich bin die Schlechte, das Scheißgain. Was machst du denn so gut, please? Ich hab ne Schleifer. Ich hab ne Schleifer. Doc, bereit? Eine Runde noch. Warum? Warum? Er geht mit seiner Mutter. Ja, Junge. Ja, Junge. Wie immer. Also ich und Sebastian hatten heute schon sieben... Sieben Uhr und sind du. Was ist Gott, Walter? Nein. Hatten wir halt ernsthaft, ne? Wirklich? Wo ist es, äh, Scott? Wir wussten halt nicht mal, dass es du, wo es es Gott war, ne? Warum nicht wusste ich morgen wieder mal abfahren, ne? Du kleiner... Nein, Digga. Du weißt ja, wie ich heute so drauf war, Digga. Ich war wie so ein Junkie. Digga, dann geh heute schlafen. Du geh heute so um 12. Nein, ich konnte nicht spielen, weil ich etwas im Auge hatte. Weißt du noch? Ich weiß nicht, Inki, um 12 Uhr kann ich richtig schnell einschlafen. Und das ist noch vor, kann ich gar nicht mehr einschlafen. Und das NDR kann ich gar nicht einschlafen. Ja, bei mir auch so. Wenn es... Wenn es... Äh, wenn es... Wenn es... Äh, 12 Uhr... Äh... Ja, 12.59 Uhr... Äh... Ab dann schlafe ich nicht noch. Ab dann denkt sich mein Körper noch nie so kalt, wenn ich schnauze. Und wenn ich die ganze Nacht machen kann ich nicht schlafen, auch wenn ich so... Ja Junge, das hatte ich. Bei mir ist das auch so. Ey, weil ich noch hin, wo ich... wo wir so... kleiner waren und wir uns gehasst haben. ... rider mich zumindest. Sack Ja, ich hab mich immer gemobbt, ob ich jetzt hab' Sagt der Richtige Hihihi Ja Das Ding ist halt, es gibt halt keinen Keller mehr, ne? Im Arsiliantenhaus Humen? Hm? Einmal noch, ne? Ja, okay, schön Sagst du deine Mutter? Im Blue House gibt's Im Blue House gibt's Ich glaubst du deine Mutter Kann ich ne Waffe haben oder hast nur einer? Ich hab' keiner Und ich wollte die Hüte Wenn wir keine Hüte Und ich hab' nicht meine Waffe Keiner von uns Oh, ganz möglichst das Sniper geben Der Moment, wenn der einfach die heftige Waffe hat Und der Tropfen Hilfe will Ich... 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 Ich töte ihn jetzt einfach tropse, ne? Einfach nur, um dich zu ehren Hat jemand... Hat jemand Rocket Moon? Hat jemand, äh... Überhaupt... Ja, nichtives Ey, Jungs Ey, Jungs, die werden geheilt, neinn! Ich hab' nur drei Leute gesniped, schiebt euch! Okay, tschau na? Drei Leute haben noch so gut gestattet Okay, tschau, ne? Tschau, tschau, Fight. Ja. Tschau, Fight. Du verpüsst dich. Du verpüsst dich. Ja. Du bist gut, du weißt, wir rasieren alle mit 10 Kills und du 20. 10 Kills? 10 Kills? 10 Kills? Nee, ich mein 15, sorry. 10 Kills? 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 Hey, mach ich's du. I can't be blue, I can't be yellow, I can't be beautiful, I can't be everything you liked. Das kann ich auch. Oh. 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 Was ist denn so aus dem Scheißer? Du musst mehr nach unten. Ey. E muss auch gleich bekommen warum die Vorbereitung will also willst du dann musst du nehmen wir ja aber sie ist das machen oder muss schon das machen ich bin hier und warum sagt er nicht einfach so die Dreckiger Juden die Runde Spaß von Sachsen aus nein warum sagst du nicht einfach so nie keine Lust vorliegen wir wollen also stimmt ja wird stichtliche innen um es ist da ich wird eingeladen von Elio einladen weil ich immer kurz rein mein Bruder ein Bruder sollte man darf auch spielen ich gehe mit dem Partier aber noch schnell Jürgen um die EU komm bei uns rein ich hab ihn einfach nur gesagt ganz schnell kommt bei uns rein mehr habe ich nicht gesagt komm, die sind irgendwo noch arsen hast du gesehen, wie schnell der Daumen war? mhm, komm, das Gegner suchen Hilfe, Hilfe da oben haben wir es gesehen? ja, natürlich müssen wir ihn nur klauen ach so klauen hast du gesehen, wie ich ihn gegeben habe? hier ist einer Junge, wie er so gesprungen ist und im Sprung gestorben ist aber jemand wurde... ah, dann geht er ja scheiß Runde, Decker doch noch, ich hab noch Schuhe halt hier hey, warum hast du Lobby auf Privat? mach mal auf Öffnen was damit der Spaß dir rein kann Junge, warte mal kurz, äh, Dings der Spaß macht auf Öffentlichen, dann kannst du selber joinen ok, ich geh aber später ja die Weh, ne? Junge, musst du nicht sehen, musst du nicht Sandmann kacken, gucken? ja, Spaß ja, ist eröffnet nein jetzt, jetzt mal ehrlich Digga, als ob du noch online da sein darfst Digga, es ist gleich 23 Uhr, also 11 Uhr, als ob du noch online sein darfst Digga, es ist gleich 23 Uhr oh, Moment, ja nein, ernsthaft Digga, aber ich würd nur sagen, ich kann vielleicht nur eine Stimme, weil ich hab immer noch keinen eigenen Fernsehen, ne? hier drückt bereits Sebastian, ha, oh boah du musst dich halt auch wieder drin spielen, ne? ja du musst auf die Fenster so locken yeah puh yeah yeah all die all die all die all die all die ey, guck, ey, guck, ey, guck, ey, guck, ey, guck, ey ich hab ihn schon in meiner ersten Runde, ne? ach so, ich hab ihn schon ich hab ihn schon in meiner ersten Runde, ne? ich hab ihn in meiner ersten Runde, hab ich ihn gewonnen kannst du, wie lange ist man schon auf? kannst du nur bis zwölf Fuß gehen oder sogar vielleicht, äh, äh, bis äh, äh, bis äh, spät in der Nacht rein? ich ich mich in der Nacht halten kann und müde werden kann ich? auch ja, kannst du bis in die Nacht, äh, äh, spiel mit dich und halten? Du kannst gesund sein, nein und... Kann ich machen, kann ich nach... Auch in der Nacht aber ich spiel dann wahrscheinlich eher wie eher so du kannst auch sehr leicht anschnafen ja nicht mehr werden ich bin aber auch bei der Klinik das ist es nicht besser sein wenn man die Berührung an sich mit den Jungen aber wenn ich leistet bin so wenig aber ich bin nicht auf einmal so schlecht ich kenne oder ich noch ein paar Pfeil noch so gut sind und ich will nur noch einmal bei uns zu tun ich bin ich hab ich bin aber nur krass und hab Kills gemacht aber das ist nicht viel ja ich weiß das ist nicht hier ich weiß 14.000 ist auch nicht viel, weißt du? Ja, Digga, das ist höchstens nur ein Feld groß, ne? Ey, du, ist ja nicht so, dass du eben gerade, also eben gerade die Runde... ...einfach 15.000 mit der fucking Pistole gehabt hast. Ja, ist halt wirklich so. Oh mein Gott, wie die... du, ähm... ...bist du bei meiner Lammel, wenn man so aufkommt, dass man so wegfliegt? No Weapons, yeah! Life is so nice! Ich hab ne Rocket Launcher. Du hast einen Bock getötetet, ist mein Gott. Egal, ich hab nur nen Rocket Launcher. Unser Gebiot, nein, ne, nein. Guck dir die Bots eigentlich immer. Guck dir die Bots einfach, bitte. Guck dir die Bots einfach, bitte. Guck dir die Bots einfach, bitte. Guck dir die Bots einfach, guck dir die Barsch. Guck dir die Barscher. Guck dir die Barsch! Guck dir das nicht. nun ha 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 gut das so ich bin nachzumachen nachzumachen aber ich bin eine nachzumachen ich bin ich weiß du ich bin bis wie vor ich morgen gestern ist im körper nein er meint mich weil du weißt ja ich werde jetzt wahrscheinlich ich werde jetzt wahrscheinlich um vier uhr erst einschlafen also schlafen gehen was gehst du um drei uhr schlafen warum sollte ich annehmen das ist viel zu laut meine mutter schläft das ist viel zu laut ja ja aber lazy lake und langsam zu leselik wird langsam zum neuen tildner für uns zu wissen das ist ich bin wir gerade mit ernsthaft mit randoms ich habe ihn sehen ich kann sie mir geben das ist ein bisschen wo die sky body die sie die 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 sie sie ich aber gut und dann das das ist ich dachte die Städte ich dachte ich bin so scheiße mein AIM ist on point ich habe ihn warum ich mir nicht so eine Karte übergeben ja ruhig ja warum kann ich so viel reden ein aber wir müssen verlassen ich habe es ist ein wichtiger ich bin 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 da was jetzt nach wochen ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich habe alles klar und ich bin weil er schwarz ist ab und er hat nun nur für das schwarze Stuttgart auf der Klinik hierher 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 er dachte er dachte ich wahrscheinlich so ihr scheiß aus lernten das gibt es aus lernten aus lernten Hör doch kurz, was Christus mir gesagt hat. Er weiß, dass du das sagst, was du sagst? Dann halt Maul! Der ruhig stummt und gewinnst. Du kannst selbst kein Türke. Guck mal, ich find das voll traurig, dass ich gerade typisch geredet habe, ne? Ich hab typisch geredet? Und was sagst du so? Ey, weißt du noch da, als ich bei dir war, und deine Schwester hat den Schließen sich mitgenommen, haben wir da gemacht, dass wir den Stress hatten, mit Christian und so'n Vater, und dann wurde die gesagt, Höh, was noch? Ja. Höh? Höh? Ihr habt mir vorhin ein Video geschickt. Wollen wir das mal auch zu dritt machen? Wollen wir das mal auch zu dritt machen? Jungs, wollen wir das mal auch zu dritt machen? Wollen wir das mal auch zu dritt machen? Wollen wir das mal auch zu dritt machen? Der Vater fühlt sich so cool an. Ich schwöre, wenn ich den Foto sehen würde, ich will den so am Spiel geben, ne? Das fühlt sich so cool an. Das fühlt sich so cool an. Hast du gehört, wie der Vater mit mir geredet hat? Ja. Guck mal, ich war so ganz freundlich, Elio. Könnten Sie bitte, also so wie uns das meine Lehrerin beigebaut hat, mit diesem Brief, weißt du noch, so richtig lieb und ich hab nicht mal du gesagt, ich hab sie gesagt, ne? Er hat gesagt, nein, nein, ich rede jetzt. Guck mal, wie alt du bist und wie alt ich bin, das hat er gesagt, ne? Als würde das Alter einen Unterschied machen. Hä? So behindert? Was ist das denn? Ich mein, wenn wir, wenn wir es denn passiert. Ja, eben gerade, im Kriterium hat sich dein Vater cool geführt, vor zwei Zuschauern. Und sowieso seine Mutter und sein Vater waren. Ach so, oh, ich bin gut, der Trainer geht noch, ich hab einer von uns. Bei mir ist einer. Nein, schau, ich hol mich, 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 ich hol mich. Junge, ich hol den Mate jetzt einfach, Digga. Ja, aber komm mal zu mir. Alle, ich hol mich, ich hol mich jetzt. Sag, du mein guck mal und mach mal. Ich muss deinem Beidinggen. Ich Ey, du hörst nicht, du hörst nicht, du hörst nicht, du hörst. Prozent nur ich nicht mal die Ehre und was die Ehre man ich finde gleich heiligen sogar noch ein nach oben da muss ich nicht mal den Tag zum Leben aber auch wenn ich nicht mehr als erlangen ich habe nichts und da ich hab selber nicht mehr ich hab sie nur ich muss sie nur kurz öffnen die beiden ich glaube ich glaube ich glaube die können bauen das sind keine bots aber den tropfen scheiße genau so sind alle bauten die krassen wir müssen auch mal mit den mit dem in den Leuten korrigiert also korrekt sein ab und ab und zu oder er muss so leise reden mit den mit damit nicht seine mutter ausgaben sagt so nicht zu schütteln und zwar nur noch nicht mehr bei uns mit dem drüben ich kann schläft eine freundin schon Was? Was? Oh mein Gott! Ich hab grad zu deiner Mutter Freundin gesagt, ne? Schläft deine Freundin schon? Ich hab deine Mutter und deine Freundin gesagt, ne? Guck mal, Sisi, Sisi und die gelben Häuser haben mich gelütet, das glaube ich immer an die Häuser, ne? Du hattest zwei Chests, krieg ich bis hin. Ne? Ich hatte halt zwar gar nichts, da war nur ein Sniper und einmal ein Baby. Einmal ein Sniper, in einer Chess, also da waren zwei. In einer Chess diese Sniper und einmal so eine Pistole. Krieg ich die Pistole? Die ist unten. Was für eine Pistole? Zule, eher anormale Grüne. Hohe mir die mal, hohe mir die mal. Nein, 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 nein. Ich krieg mich von hier. Kackwurst. Ja, dann muss doch noch. Mein. 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 Seh Mohafo. Ich glaub, er ist irgendwie nur Mohamed, der bestimmt ist Mohamed. Und so Mohafo. Hey, ich hab gerade gehört, dass du lachst. Denkst du, dass es deutscher? Ne, das ist halt kein deutscher, ne? Nein, habid auf der Playstation, aber eben. Denkst du, der hört uns? Denkst du? Jeden Atemzug wird dein Spielchit angezeigt, so Leute schon spielt. Doch. Weil ich bin mal, ich rede noch was nicht. es ist wirklich so ich hab richtig klar ich habe richtig leise geabelt und es wird einfach aufgezeichnet auch mein gott werden los das war nicht so ich habe ich mir glaube ich meine ich wurde veröffentlicht er hat sich gefühlt hier ist ein lagerfeuer ich habe auch noch mal wenn ich nicht mehr übernehmen und wenn ich nicht mehr schafft die künftige die künftige die künftige 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 die künftige die künftige Kampfer hat auch geklappt hat er gesagt ich habe mich aufgehört die die ich weiß noch nicht in diesem Ding mindestens eine Notebook und mindestens fünf Meter Jungs das ist jetzt der epische Sieg ja mal ein Moment das geht 5 Minuten Mama ey Jungs müssen 5 Minuten ausmachen nicht nur deswegen die Idee wenn man konnten dort doch mal ein paar nur in den anderen Sorge die Unwennstatt sie hat viele werden und zweitens sie sind in den Schöchtern zu einer Sibyl und ich habe mich an das ist ja sehr gut dann ist ja der Job von der Mutter sie zum Schlafen zu bringen es ist doch es war dann ist doch der job dann ist es doch der job geht auch jetzt oft egal und gibt ihn seine sachen oder wird jemand genockt er markiert sich selber damit wir ihn holen beim job sind gegner da hat ihn niemand runter geschossen das habe ich gesehen er will nur noch ein paar Leute wir haben ein paar Leute wir haben einmal angemeldet ja ich geb dich hier ja oh yes jetzt gib dich scheiß Waffe deine Mutter steckt dich gleich gleich hey Elio du guckst gleich in meinen Stream ne wenn du aufgehst okay ich habe nicht mehr ich bin du bist jetzt ich bin nicht mehr irgendwo ich bin ich bin ich bin ich bin ja guck ihn zu spüren es geht weiter ja ja mach ich ich könnte ja wenn man nicht mehr wenn ich sie nicht mehr wissen sei ruhig schweiß ich will abnehmen schweiß Bob bleib kurz drin nein keine Unterkarte das Wort Digga Meinst du mich? Nein, nicht du! Er hat seinen Schatz gar gehen sollen. Die saßen nicht schon. Bau nicht. Bau nicht. Ist egal. Elo, verlass doch. Aus Leand hat die Gruppe verlassen. Bei erster Gegner. Du hast gesehen. Nicht, dass ich mir war. Sie sind krass. So sind krass als du. Ich bin eh jeweils recht, ne? Ja, von allen Seiten. Zurück zur Lobby. Zurück zur Lobby. Zurück zur Lobby. Zurück zur Lobby. Junge, mein Nacken tut so hart, weh, ne? Mach doch du's. Du meinst, das ist ein Mora Pro? Ja, dieser Momo. Nein. Lass jetzt du Spinniger kommen. Dirk, ich hasse Ferien. Warum? Warum? Das ist mein Gerät, aber ich bin immer wieder ohne, so schön schranken, sondern mehr. Schönes Apartment. Ah! Ich glaube, ich werd... Junge, warum bin ich so schlecht in Fortnite? Kannst du mir das bitte erklären? Erstens, du konzentrierst dich nicht aufs Spiel. Zweitens, du laberst immer Scheiße und konzentrierst dich nicht. Ja, das sind schon die Gründe, warum du schranken. Ich bitte da. Oh! 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 Okay, okay. Also, vor dir hast du was. damit allein mit dem kurs zu singen das macht man schon schlecht das ist ja nebeneinander das hast du jetzt schon die waffen jetzt schon Ich hab noch eine Pamp und ein ... Ich hab einen schönen Hals. Oh, ich hab ja ganz vergessen zu sagen. Ich dachte so, soll ich das riskieren? Hi. Ich hab gerade den Dengen erlebt, oder? Oh. Ich zeig jetzt mal meine Elder-Skills, ne? Warte mal frei. Also stimmt, falsch. Ich bin tot, aber hab ihn. Ich bin tot, aber hab ihn. Okay. Sehr nahe Gegner. Entweder bin ich zu gut für dieses Game, oder ich bin einfach ... ... Hey, Junge, es leckt. Lass ihn doch einfach ... Ja, okay, komm, lass ihn killen. Okay. Hier ist noch einer. Hier hat jemand diese Munition aufgemacht, aber hat die Munition nicht genommen. Okay. Ich verstehe manche Gegner nicht, ne? Oh ja, er hat irgendjemand, jemand hat das Auto kaputt gemacht. Ah ja, hier, komm mit. Hier, komm mit. Hier. Da hab ich beschenkt bekommen. Hier hat jemand das kaputt gemacht. Da ist über uns. Na ja, ist doch ... Hier, ähm ... Warum sind bei mir nicht Gegner? Der Gegners. Und, hm? Geht mal? Noch eine Funde? Digga ... Hast du gesehen? Hast du ihn geholt? Nein. Was ist denn? Wo ist er denn? Ich bin nicht von. Lass ihn nicht meiner. Das ist meiner. Iman ... Jaman ... Wo ist er denn? Der ist dann gerade von mir weg. Dann weiß ich, was mir zur Seite. Oh, ich muss mir. Wo ist der? Klinik Klappe auf mein Leben Digga Der Moment, wenn bei dir nicht ein Gegner ist Belastend Auf 5 Gegner hätte ich alles gehabt Auf 5 Gegner? Nein Bei mir war noch kein Gegner Nein Was soll ich tun? Bei mir war kein Gegner Ah, jemand wurde overrived Du wie dort hier ist keiner mehr Ich hab auch, ich hab auch das Ich hab auch das feste eben Digga Noch mehr? Ich hab's gesehen Die haben nicht ernst auf dem Boot mitgenommen Die haben ein Boot mitgenommen Die haben ein Boot mitgenommen Die haben ein Boot mitgenommen Nein Nein Du bist so scheiße, ne? Ich weiß Junge Junge, das... Weißt du, das ist so abfuck, ne? Da kommen so welche Hupen Söhne Ich spiel' jetzt nochmal so wie ein Bot, ne? Ohne? Dafür... Nehm ich... Nein, du musst rauskommen Ich bin... Ich hab geliftet So, jetzt erwartest du einen sehr heftigen Knob Wenn ich sag' extra Knob So, komm jetzt mal... Kommen wir jetzt mal zurück Oh Gott, es fühlt sich so gut an Oh, ich hab mich drauf gewöhnt, ja Ja, Baby Ja, gib ihn Ja, oh Ja, gib ihn Gib ihn Ich spiel' seit der... Nolten Season So, seit Abend von Fortnite Natürlich hab schwarz... Äh, ich hab äh... Wie heißt das? Lita, die kriegt man in Season 3 Oh, jetzt... Oh, jetzt riechst du wieder nach China, den ankommen Jetzt riechst du wieder nach China Auf dem, wenn ich mit den Nullakon Hab ich zwar vieles ging, aber ich kann auch nicht mit den Fritten spielen Oh, jetzt riechst du wieder nach China Ich mag strechiges Kinds Ja, das weiß ich Wohin? Ja, wenn es dich als Vortlaß ging, ne? Ja, wenn es dich dann ist, als Vortlaß ging, ne? Ja, wieso braucht man Waffen, die rennsch'n einfach weg Wieso braucht man Waffen, die rennsch'n einfach weg Ja, wieso braucht man Waffen, die rennsch'n einfach weg Wieso, jetzt riechst du? Was bestanden? Ja Jetzt riecht meine Hände wieder nach China Kennst du das, wenn du in deine Hand so kratzt? Jetzt riechen meine Hände wieder nach China. Ja. Äh, ich lese es auch. Ernsthaft? Ja. Was denn? Wie war das denn? Wofür denn? Was? Warum denn? Äh, da wurde er schlafen. Wie immer. Okay, reicht auch. Reicht auch für heute für Maus und Tastatur. Bro, ich hab nicht mal eine Waffe, aber 6 Minis. Was? 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 Wie war ich da? Vai jetzt. Wie war ich da? Was zu her, was war ich da? Wie everyświcklung? Jetztservice ist mein Linus. vor einer russer haben schon eine andere kommt zehn stunden später rein was ist nur für eine und ich hab mir mein freund gespielt ja also dieser ruhe und sohn 899 nee das ist das soll ich verlassen ich gehe also ich gehe also ich gehe nicht direkt rdw ich bin noch ein paar Runden Solo und damit gehe ich ehrlich aber ich bin kein du ist jetzt also nachdem so was dann auf geht dann spiel ich kein du mehr okay ich habe so das hier erkennt die Bühne und die Bühne und die Bühne und die Bühne und die Bühne m Sebastian Samuels die Bühne m ich habe einfach 13 Minis ich weiß nicht mal was damit anfangen soll m wo sind diese Bordels mit der Klappe bei der erhebendung du hast den habe ich doch gesehen junge wie ehrenlos wie du sagst da ist es ist ein Kometenteil ja ich habe ein Kometenteil gefunden nein komm mal her sie ist rein Elio siehst du das schreib mal in den Chat wenn du das siehst siehst du das im Kometenteil das schwarze den Steiner das ist die Textur von Kometen siehst du was Elio schreib mal ja das ist kein Komet doch das ist safe ein Komet siehst du mal ehrlich das ist die Textur von Komet oder ich guck gleich ich kann ich kann ich kann ich kann ich kann gibt es nicht da sind geht noch da sind geht noch ja wir haben was da sind geht noch Ich habe gesehen, dass hier jemand ganz kaputt gemacht hat. Doch, 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 hier war er da. Ah, da ist er ja. Das war ein Butterfly. Das ist doch genau wo er ist. Wo denn? Junge, bei Gott, da hat jemand gerade was kaputt gemacht. Nein. Digger gar keinen Bock mehr. Ciao. Oh, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Oh, 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 ich habe keinen Bock mehr. Ok. Das zweite Wort hast du gesagt, dass das B. Wie? Nein. Dann das dritte? Hetero. Nein. Dann das erste? Ok. Ich bin nicht schwul, es tut mir leid. Boah. Morgen 8 Uhr, ja chill doch deine Eier. Morgen 8 Uhr? Ok, pass auf. Ok, B. Oh. Oh, drei Uhr kommen. Ich hab's. Oh, guck dich diesen Spalt an. Da werde ich jetzt richtig eindringen. Einfach die Schlaufe ein. Mhm. Also ich schwimme jetzt. Ich muss wirklich ins Bett gehen, weil ich hab morgen. Schule. Hast du morgen Schule? Haben wir morgen. Warum im Kindergarten? Wo auch. Vergiss es, ne? Immer nach vorne mit dem Kindergarten. Da ist bei Retour, haben wir morgen wieder Schule? So gut. Wann haben wir Schule? Wohin? Okay, mhm. Dann fragst du mich, warum ich nur die ganzen geilen Kippsformel? Was? Okay, B. Oh Gott. Süß. Wie ist dein Typ, Mann? Mhm, mhm. Ja, leider sehe ich ihn nicht schon hier. Oh. Soll ich nur das Napa geben, oder? Ja. Mit der Börse. Was sagst du? Nee, nee, Pig-Echsen. Wenn du ganz cool bist. Jo, das ist ein Gegner, ich lass mich mal töten. Was ist das? Ja, das ist ein Gegner. Und ich lass mich jetzt töten. Das komm ich, um dich zu retten, oder? Nee, ich lass mich töten. Ich lass, ich weiß ja, dass ich getötet werde. Junge, tschau, ich schläft dir jetzt gar keinen Bock mal vorordnet. Ja. It can't be red. Du Spasti. Gut, dass ich morgen, dass mein Handy keine Batterie mehr hat. Oh, Schmuchtel. Ich geh jetzt RDW. Ich auch RDW. Du hast kein RDW, ne? Doch, dass mein anderer kommt. Kannst du RDW kommen? Hm, ich kann aber mit meinem anderen kommen. Die bitte spielen, leider. Versuch mal, bitte. Ich bin so schlecht. Okay, ruf mich an, wenn das geht, ja? Also, falls du siehst, dass ich dich jetzt freund habe, dann rufst du mich an, okay? Okay. 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 Bye. Nur weil ich jetzt RDW gehe. Ich glaube, es suckts. Mannometer. Ich wurde verarscht. Fight hat gesagt, es gibt Altraum-Namas. Äh, ja. Ich geh jetzt wieder BR, ne? Ich geh jetzt gleich wieder BR. Ich öffne nur kurz die kostenlosen Lamas. diesen Deckel. Ah. Ah. Ich könnte wirklich dir gehören. Ich könnte wirklich dir gehören. Ich könnte Lust zu behören. Warum packe ich die noch kurz in mein schwulenteam? Oho. 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 Ne, ich guck. Und in so 30 Minuten. Oho. 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 Was ich war dann doch mal, der Mann ist. Was ich möchtest. Naja, es gut geht schon. Oho. non daritt. Man schmeckt immer geil. Der kann von dem. Keiner wills. Das ist für mich. Die Lichschaft leben. Okay. . . . . .... . . . Vulkan, 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 Vulkan. Vulkan, Vulkan, Vulkan. Vulkan, 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 Vulkan. Vulkan, 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 Vulkan. Vulkan, Vulkan, Vulkan. Vulkan, Vulkan, Vulkan. Vulkan, 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 Vulkan. Vulkan, 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 Vulkan. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020